Ausgerechnet Frau Scholl hat sich also entschieden, ihre eigene Haut zu erinnern, wird Frau Mülldingen. Ausgerechnet Sophie Scholl. Und sofort ist sie wieder da, die Geschichte der anderen. Über die Bücher geschrieben und Filme gedreht wurden, für die es Gedenktar verwendet. Nach der Schulen genannt sind Straßenplätze. Sophie Scholl, die mutige Studentin, Sophie Scholl, das andere Deutschland, Sophie Scholl, eine widerständige Christin, Sophie Scholl, der Protest aus der Mitte der bürgerlichen Welt, Sophie Scholl, eine antifaschistische Kämpferin, Sophie Scholl, in Begriff, Vorbild, Ideal, Anspruch, ja ganz besonders Anspruch seht ihr, das war Sophie Scholl, die Helden. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Bin ich aber erleichtert, sagt Frau Mülldingen. Warum? Weil wenn Sie sich nicht daran erinnert hätten, würde ich jetzt in ziemlichen Schildeskeitschein gestecken. Und dann fragte sie, würden Sie das auch vor Gericht bezeugen? Natürlich, selbstverständlich, habe ich gesagt. Ist das eine Art, sich vorzustellen? Ich bin Fritz. Raus? Gerne, danke. Was ist mit die deutsche Frau Rausricht? Keine Ahnung, die deutsche Frau, die gerade vor dir steht, die Rausricht im Raus. Tanzen gern, was? Ja, irgendwie. Unsolide, könnte man sagen. Unsolide? Und dann habe ich es aber doch geschafft. Bis hierher. Jetzt geht es nur noch um den Abschluss. Aber ohne Abschluss mit Auszeichnung wird niemand Staatsanwältin oder Richterin. Wer jedoch den Prüfungsvorbereitungskurs bei Professor Eckendorfer macht, gehört zu den wenigen, die besser bestehen. Aber sein Kurs war voll. Ich kam nicht rein. ich bin Colds für und die Bude nun Position gemacht. Ich bin mit den Beschlägen.